Und damit herzlich willkommen bei Selbstorientiert. Ich bin David und zusammen schauen wir uns heute das Thema des Nationalsozialismus an. Viel Spaß beim Video. Die Edelweißpiraten sind ein bemerkenswertes Beispiel für die Jugendopposition gegen das nationalsozialistische Regime. Diese Gruppe, die hauptsächlich aus Jugendlichen aus Arbeiterfamilien bestand, lehnte die strikte Kontrolle und den militärischen Drill der Hitlerjugend ab und suchte nach alternativen Formen der Freizeitgestaltung und des Ausdrucks. Die Edelweißpiraten stellten eine lose organisierte, aber weit verbreitete Bewegung dar, die sich in mehreren deutschen Städten formierte und sich durch ihre rebellische Haltung und ihre Ablehnung der nationalsozialistischen Ideologie auszeichnete. Die Edelweißpiraten entstanden in den späten 30er Jahren als Reaktion auf die zunehmende Militarisierung und Gleichschaltung der deutschen Jugend durch das NS-Regime. Die Hitlerjugend war die einzige offiziell anerkannte Jugendorganisation und ihre Mitgliedschaft wurde praktisch zur Pflicht. Jugendliche, die sich dieser Kontrolle entziehen wollten, fanden in den Edelweißpiraten eine Möglichkeit, ihre Ablehnung des Regimes auszudrücken. Sie trafen sich in Parks, auf Straßen oder in Wäldern, wo sie sangen, musizierten und einfach ihre Freizeit verbrachten, ohne den strengen Regeln der Hitlerjugend zu folgen. Der Name Edelweißpiraten leitet sich von dem Edelweißabzeichen ab, das viele Mitglieder als Symbol ihrer Gruppenzugehörigkeit trugen. Die Aktivitäten der Edelweißpiraten beschränkten sich zunächst auf harmlose Formen des Ungehorsams, wie das Tragen unpassender Kleidung, das Hören von verbotener Musik und das Verweilen in Gegenden, die von der Hitlerjugend kontrolliert wurden. Diese Formen der Rebellion waren für das NS-Regime jedoch ein Dorn im Auge, da sie die totale Kontrolle über die Jugend infrage stellten. Die Edelweißpiraten provozierten bewusst die Hitlerjugend, was zu wiederholten Zusammenstößen zwischen den beiden Gruppen führte. Diese Auseinandersetzungen wurden von den Nazis als schwerwiegende Bedrohung der öffentlichen Ordnung angesehen und trugen dazu BE, dass die Edelweißpiraten zunehmend ins Visier der staatlichen Überwachungs- und Repressionsorgane gerieten. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und den zunehmenden Repressionen des Regimes radikalisierten sich Teile der Edelweißpiraten. Einige Mitglieder begannen, sich aktiv an widerständigen Aktionen zu beteiligen, die weit über bloßen Ungehorsam hinausgingen. Sie halfen untergetauchten Zwangsarbeitern und Deserteuren, versteckten Waffen und verteilten regimekritische Flugblätter. Diese Militantenaktionen zeigten, dass die Edelweißpiraten nicht nur eine Jugendkultur repräsentierten, die sich der Hitlerjugend widersetzte, sondern dass sie auch in der Lage waren, echten Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten. Die zunehmende Radikalisierung der Edelweißpiraten führte zu einer harten Reaktion des NS-Regimes. Die Gestapo überwachte die Aktivitäten der Gruppe streng und griff hart gegen sie durch. Viele Mitglieder wurden verhaftet, verhört und in Konzentrationslager geschickt, wo sie schweren Misshandlungen ausgesetzt waren. Einige wurden sogar hingerichtet, um ein abschreckendes Beispiel zu geben und andere Jugendliche von ähnlichen Aktivitäten abzuhalten. Die brutale Repression zeigte, wie gefährlich das Regime die Edelweißpiraten betrachtete, obwohl diese keine zentrale Organisation oder einheitliche politische Agenda besaßen. Ihre bloße Existenz und die Herausforderung, die sie für die Kontrolle des Regimes über die Jugend darstellten, reichte aus, um sie zu einem Ziel intensiver Verfolgung zu machen. Trotz dieser Repressionen blieben die Edelweißpiraten aktiv, wenn auch in kleinerem Umfang. Ihr Widerstand und ihre Weigerung, sich dem Regime zu beugen, sind ein eindrucksvolles Zeugnis für den Mut und die Entschlossenheit dieser jungen Menschen. Die Edelweißpiraten waren keine politisch homogene Gruppe und ihre Motive und Aktivitäten variierten stark. Für einige war ihre Rebellion eine spontane und unorganisierte Reaktion auf die drakonischen Maßnahmen des Regimes, für andere war es ein bewusster Akt des Widerstands gegen die nationalsozialistische Ideologie. In jedem Fall trugen ihre Aktionen dazu BI, die Monopolisierung der Macht durch das NS-Regime zu untergraben und zeigten, dass es selbst unter den schwierigsten Bedingungen möglich war, sich zu widersetzen. Nach dem Krieg wurden die Edelweißpiraten lange Zeit in der öffentlichen Erinnerung kaum beachtet. Anders als die Weiße Rose oder die Verschwörer des 20. Juli wurden sie nicht sofort als Widerstandskämpfer anerkannt. Dies lag zum Teil daran, dass ihre Formen des Widerstands oft informell und unstrukturiert waren und nicht den klassischen Vorstellungen von organisiertem Widerstand entsprachen. Erst in den letzten Jahrzehnten begann eine breitere Anerkennung ihrer Bedeutung und ihres Beitrags zum Widerstand gegen das NS-Regime. Heute werden die Edelweißpiraten als wichtige Akteure des jugendlichen Widerstands gewürdigt. Ihre Geschichte wird in Schulen und Gedenkstätten gelehrt und erinnert uns daran, dass Widerstand in vielen Formen und auf vielen Ebenen stattfinden kann. Die Edelweißpiraten zeigen, dass auch Jugendliche, die nicht Teil einer größeren politischen Bewegung waren, bedeutenden Widerstand leisten konnten. Ihre Weigerung, sich dem Regime zu beugen, ihre Bereitschaft, Risiken einzugehen und ihre Solidarität mit den Verfolgten, machen sie zu wichtigen Vorbildern für Zivilcourage und moralischen Mut. Bevor es gleich weitergeht, eine kurze Unterbrechung für ein wenig Werbung in eigener Sache. Wenn Du Dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir Dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder unseren Abiturkurs in Geschichte. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Aufgaben in allen Anforderungsbereichen kannst Du Dein Wissen vertiefen und Dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Auf über 30 Seiten wirst Du optimal auf das Abitur vorbereitet. Schau jetzt in der Videobeschreibung auf den ersten Link und bekomme 20% mit dem Code WELCOME. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Video. Die Edelweißpiraten sind ein bemerkenswertes Beispiel für die Jugendopposition gegen das nationalsozialistische Regime. Diese Gruppe, die hauptsächlich aus Jugendlichen aus Arbeiterfamilien bestand, lehnte die strikte Kontrolle und den militärischen Drill der Hitlerjugend ab und suchte nach alternativen Formen der Freizeitgestaltung und des Ausdrucks. Die Edelweißpiraten stellten eine lose organisierte, aber weit verbreitete Bewegung dar, die sich in mehreren deutschen Städten formierte und sich durch ihre rebellische Haltung und ihre Ablehnung der nationalsozialistischen Ideologie auszeichnete. Die Edelweißpiraten entstanden in den späten 30er Jahren als Reaktion auf die zunehmende Militarisierung und Gleichschaltung der deutschen Jugend durch das NS-Regime. Die Hitlerjugend war die einzige offiziell anerkannte Jugendorganisation und ihre Mitgliedschaft wurde praktisch zur Pflicht. Jugendliche, die sich dieser Kontrolle entziehen wollten, fanden in den Edelweißpiraten eine Möglichkeit, ihre Ablehnung des Regimes auszudrücken. Sie trafen sich in Parks, auf Straßen oder in Wäldern, wo sie sangen, musizierten und einfach ihre Freizeit verbrachten, ohne den strengen Regeln der Hitlerjugend zu folgen. Der Name Edelweißpiraten leitet sich von dem Edelweißabzeichen ab, das viele Mitglieder als Symbol ihrer Gruppenzugehörigkeit trugen. Die Aktivitäten der Edelweißpiraten beschränkten sich zunächst auf harmlose Formen des Ungehorsams, wie das Tragen unpassender Kleidung, das Hören von verbotener Musik und das Verweilen in Gegenden, die von der Hitlerjugend kontrolliert wurden. Diese Formen der Rebellion waren für das NS-Regime jedoch ein Dorn im Auge, da sie die totale Kontrolle über die Jugend infrage stellten. Die Edelweißpiraten provozierten bewusst die Hitlerjugend, was zu wiederholten Zusammenstößen zwischen den beiden Gruppen führte. Diese Auseinandersetzungen wurden von den Nazis als schwerwiegende Bedrohung der öffentlichen Ordnung angesehen und trugen dazu BE, dass die Edelweißpiraten zunehmend ins Visier der staatlichen Überwachungs- und Repressionsorgane gerieten. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und den zunehmenden Repressionen des Regimes radikalisierten sich Teile der Edelweißpiraten. Einige Mitglieder begannen, sich aktiv an widerständigen Aktionen zu beteiligen, die weit über bloßen Ungehorsam hinausgingen. Sie halfen untergetauchten Zwangsarbeitern und Deserteuren, versteckten Waffen und verteilten regimekritische Flugblätter. Diese Militantenaktionen zeigten, dass die Edelweißpiraten nicht nur eine Jugendkultur repräsentierten, die sich der Hitlerjugend widersetzte, sondern dass sie auch in der Lage waren, echten Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten. Die zunehmende Radikalisierung der Edelweißpiraten führte zu einer harten Reaktion des NS-Regimes. Die Gestapo überwachte die Aktivitäten der Gruppe streng und griff hart gegen sie durch. Viele Mitglieder wurden verhaftet, verhört und in Konzentrationslager geschickt, wo sie schweren Misshandlungen ausgesetzt waren. Einige wurden sogar hingerichtet, um ein abschreckendes Beispiel zu geben und andere Jugendliche von ähnlichen Aktivitäten abzuhalten. Die brutale Repression zeigte, wie gefährlich das Regime die Edelweißpiraten betrachtete, obwohl diese keine zentrale Organisation oder einheitliche politische Agenda besaßen. Ihre bloße Existenz und die Herausforderung, die sie für die Kontrolle des Regimes über die Jugend darstellten, reichte aus, um sie zu einem Ziel intensiver Verfolgung zu machen. Trotz dieser Repressionen blieben die Edelweißpiraten aktiv, wenn auch in kleinerem Umfang. Ihr Widerstand und ihre Weigerung, sich dem Regime zu beugen, sind ein eindrucksvolles Zeugnis für den Mut und die Entschlossenheit dieser jungen Menschen. Die Edelweißpiraten waren keine politisch homogene Gruppe und ihre Motive und Aktivitäten variierten stark. Für einige war ihre Rebellion eine spontane und unorganisierte Reaktion auf die drakonischen Maßnahmen des Regimes, für andere war es ein bewusster Akt des Widerstands gegen die nationalsozialistische Ideologie. In jedem Fall trugen ihre Aktionen dazu BI, die Monopolisierung der Macht durch das NS-Regime zu untergraben und zeigten, dass es selbst unter den schwierigsten Bedingungen möglich war, sich zu widersetzen. Nach dem Krieg wurden die Edelweißpiraten lange Zeit in der öffentlichen Erinnerung kaum beachtet. Anders als die Weiße Rose oder die Verschwörer des 20. Juli wurden sie nicht sofort als Widerstandskämpfer anerkannt. Dies lag zum Teil daran, dass ihre Formen des Widerstands oft informell und unstrukturiert waren und nicht den klassischen Vorstellungen von organisiertem Widerstand entsprachen. Erst in den letzten Jahrzehnten begann eine breitere Anerkennung ihrer Bedeutung und ihres Beitrags zum Widerstand gegen das NS-Regime. Heute werden die Edelweißpiraten als wichtige Akteure des jugendlichen Widerstands gewürdigt. Ihre Geschichte wird in Schulen und Gedenkstätten gelehrt und erinnert uns daran, dass Widerstand in vielen Formen und auf vielen Ebenen stattfinden kann. Die Edelweißpiraten zeigen, dass auch Jugendliche, die nicht Teil einer größeren politischen Bewegung waren, bedeutenden Widerstand leisten konnten. Ihre Weigerung, sich dem Regime zu beugen, ihre Bereitschaft, Risiken einzugehen und ihre Solidarität mit den Verfolgten, machen sie zu wichtigen Vorbildern für Zivilcourage und moralischen Mut. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich noch eine kleine Empfehlung in eigener Sache aussprechen. Wenn du dich weiter mit diesem Thema beschäftigen möchtest, empfehlen wir dir unser umfassendes Lernheft zum Thema oder direkt das Abiturheft. Mit detaillierten Texten, Hintergrundinformationen und Übungen in allen drei Anforderungsbereichen kannst du dein Wissen vertiefen und dich optimal auf Prüfungen vorbereiten. Und das Beste daran ist, dass du unser Lernheft jetzt mit einem exklusiven Rabatt von 20% erhalten kannst. Gib einfach den Code WELCOME-B deiner Bestellung ein und schon gehört das Lernheft dir. Schau gleich in der Videobeschreibung nach dem Link und sicher dir noch heute dein Exemplar. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und dein Interesse. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.